Ich möchte nur noch auf die Zeitverläufe von Strom und Spannung bei einem Halbbrückenzweig eingehen, wenn wir eine Ohmsch induktive Last haben. Das heißt tatsächlich, wenn wir so eine Sinus-PWM betrachten und jetzt hier die Ausgangsspannung durch Vergleich eines Sinus-PWM-Referenzsignals mit dem Trägersignal erreichen, haben wir gesehen, okay, wir kriegen diese Ausgangsspannung UA0, die jetzt hin und her springt zwischen Plus-UD-Halbe und Minus-UD-Halbe für diesen Halbbrückenwechselrichter. Und jetzt wollen wir uns hier angucken, wie sehen jetzt hier die Strom- und Spannungsverläufe aus. Das heißt, wir nehmen jetzt an, tatsächlich haben wir hier irgendwo eine Last angeschlossen, die Ohmsch induktiven Charakter hat und dann kriegen wir abschnittsweise sozusagen immer E-Funktionen. Bei einer positiven Spannung nimmt der Strom mit einer E-Funktion zu, wenn er die Ausgangsspannung UA0 einen positiven Momentanwert hat und bei einer negativen Ausgangsspannung nimmt mit so einer E-Funktion der Ausgangsstrom ab. Tatsächlich werden wir zwischen der Grundschwingung, hier lila dargestellt, der Ausgangsspannung und der Grundschwingung des Stromes eine Phasenverschiebung haben. Das heißt, wenn wir jetzt hier diesen Mittelwert einzeichnen, des Ausgangsstromes und Sinusförmigen, das wird jetzt der Ia1, sozusagen die Grundschwingung des Ausgangsstromes, wird diese Phasen verschoben sein zu der Grundschwingung der Ausgangsspannung, um einen gewissen Phasenwinkel fielen. Und wir sehen auch, hier kriegt man schon eine relativ gute Filterung, insbesondere wenn die Schaltfrequenz deutlich größer ist als die Grundfrequenz der Ausgangsspannung. Tatsächlich wird es jetzt aber immer so sein, wenn jetzt wir einen Highpegel am Ausgang haben, fließt dieser Stromverlauf abschnittsweise über den Transistor. Hier zum Beispiel für positive Momentanwerte des Stromes kriegen wir den Stromfluss durch den Transistor S+. Das heißt, hier sehen wir, okay, hier bei der positiven Halbwelle des Stromes, so pulsweit modelliert, nimmt hier der Strom im Transistor zunächst zu, aber das SAST-Verhältnis dann wieder ab. Beim Ausschalten wird dann der Strom, weil wir hier eine induktive Last haben, kommutieren auf die Freilaufdiode hier unten. Diese IGBTs können ja bloß Strom in Richtung dieses Stromfluss-Files vom Emitter darstellen. Das heißt, aus dem Emitteranschluss raus in den Kollektor rein. Deswegen, wenn jetzt hier der Schalter S++ öffnet, der Strom war vorher positiv vom Momentanwerte, kann er nur, wenn er positiv in dieselbe Richtung weiterfließen muss, nur hier über diesen unteren Pfad dann weiterfließen, über die Diode D-. Das heißt, sozusagen mit dieser Pulsweitenmodulation wird jetzt hier abwechseln entweder der Strom durch den Schalter fließen oder durch diese untere Diode. Bei der negativen Halbwelle genau die gleichen Verläufe, nur dann sozusagen vertauscht der Stromfluss durch den Schalter S-, und durch die Diode D+. Und jetzt könnte man sich hier die Frage stellen, okay, wie lege ich jetzt so eine Schaltung aus, wenn ich zum Beispiel die dimensionieren muss, die Verlustleistung bestimme, zum Beispiel die Leitverluste zu berechnen. Dann müsste man hier eigentlich integrieren über eine gesamte Periode der Ausgangsspannung. Tatsächlich habe ich jetzt hier aus dem Datenbuch, das Halbleiterhersteller Semikron, mal ein paar Werte rausgenommen. Und kennt man ja jetzt den Modulationsgrad hier bei dieser Halbbrückenschaltung und die Phasenverschiebung, die wir gerade eingezeichnet haben, zwischen Ausgangsstrom und Ausgangsspannung, das heißt der Grundschwingung des Ausgangsstroms und der Grundschwingung der Ausgangsspannung, dann können Sie die Effektivwerte und Mittelwerte von Schalterstrom und Diodenstrom mit den hier unten dargestellten Formeln berechnen. Tatsächlich entstehen die dadurch, dass man hier über eine gesamte Periode mit diesem variierenden Tastverhältnis hier integriert.